Und dann auch das, der Schauspieler Sven Walser ist tot. Er starb drei Wochen vor seinem 60. Geburtstag. In seiner Rolle als Stallknecht Kuno in Neues aus Büttenwader wird Walser seinen Fans in Erinnerung bleiben. Außerdem spielte er in Serien wie Großstadtrevier und Alarm für Cobra 11. Zuletzt arbeitete er am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Walser starb nach schwerer Krankheit.